Es ist 2.30 Uhr und dann geht es mit der Disco weiter. Für alle, die dann tanzen wollen, wir werden euch nicht enttäuschen. An Matt ist schon da, bereitet alles vor. Aber wir wollen noch die Burda-Bahn so lange genießen, solange sie uns noch Bier erhalten, bleibt uns hier nicht mehr lang. Es ist das vorletzte Konzert, am Montag definitiv das letzte. Und jetzt freuen wir uns riesig drauf, dass sie wieder auf der Bühne stehen. Hanna und Fabiana. Bravo! Und Anna Mousso, da ist der Händige. Die Händige, die das hier ist, 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 die das hier ist. Man kann auch schreien und glaschen, also. Juhu! Die Händige, die das hier ist, die das hier ist, die das hier ist, die das hier ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020